Das ist Hamed Dole. Eigentlich müsste man sich vor uns verneigen, halt. Eigentlich müsste man uns nur mit Mr. Reimus anschreiben oder so. Wenn man wüsste, ey, wie ein... Also, oh, nee. Hamed Dole. Du hast jetzt 6 zu 0. Du hast jetzt schon 6 zu 0. Hast du gerade 6 Hits gemacht? Freak. Ja, alles klar. Na, wie geht's dir? Jo, jo. 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 Ich weiß nicht, also... Ich hab jetzt mal in den ersten zwei Punkte und schon 3 zu 9.